hey liebe und herzlich willkommen zu einer neuen folge hybris natürlich mit katze und ich mache mich jetzt auf die oh gott es hat geleckt auf die reise und zwar fange ich mir sechs villager damit katze endlich seine smaragde bekommt ja mal die ist sauer die ganze zeit ist sie böse zu mir wenn die kamera ausgeht haut die mich ich bin kein katzenschläger ich bin ein katzen prügler kraft muss kraft muss kraft muss irgendwo hier waren doch die dörfer direkt schon ich glaube ja am bösen lilanen bio so eine menge zeug drin wurde viel durchgeschmolzen christina gut gemacht wir brauchen immer noch das emerald gedöns das ist das einzige worauf wir da gerade warten müssen für den inscriber das bedeutet aber wir können währenddessen mal gucken was wir für die query jetzt brauchen haben wir schwarze eichenholz zu hause weiß ich nicht glaube nicht haben wir uns nie drum kümmern müssen wir kümmern uns zuallererst um den mining laser da waren wir glaube sogar dran dass wir das irgendwann mal machen wollten im turning table habe ich die nicht sogar irgendwo aufgestellt die letzte folge fertig gemacht die vorletzte ja hier ist ein turning table fertig und wir müssen den jetzt speziell machen und zwar 4535 222 wie geht das denn brauchen wir das stück wir brauchen noch das stück das leim kann man immer mal mitbringen ach ne iron turning plank brauchen wir erst ich denke dass wir zuerst das plank hier brauchen hier hüpft nämlich gerade einer rum stück stück mehr ihr unten wo ich ja alles glösslich hier unten acht im boden ok jetzt weiß ich es ja mein braucht man tausende Matzi 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 wegen Boden Matzi 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 So Otz So dann bauen wir hier ganz kurz Das ist falsch Wir brauchen ganz kurz das da raus So welcher Villager werden eigentlich theoretisch Den den man mit Gemüse füttert Zum Beispiel Mit Gemüse Irgendwas, was anbaubar ist, ja. Und, what? Hier habe ich einen. Hier ist ein Dorfbewohner mit gebratenem Fisch. Das ist doch eigentlich auch nicht schlecht, oder? Nein, weil wir dann Fischis weggeben müssen. Ist okay. Das tut weh. Dann hole ich mir einen anderen. Bohle? Warum hat das denn jetzt auf einmal ein Rezept? Ey. Kohle können wir nehmen, ja. Los, komm her. Ich habe den gefangen. Der ist sogar gesund. Der ist gesund. Oh, wow. Darfst du? Nee. Du bist mir unsympathisch. Direkt unsympathisch, ey. Dich nehme ich mit, du Weizenhändler. Und dann möchte ich noch, möchte noch, wer ist denn ein Aria Gravesgaard? Ach, das ist der Chefauffasser, oder? Ja. Du? Nein. Du bist mir auch unsympathisch. Ich bin nicht. Du bist mir auch unsympathisch. Ey, ich stand doch gerade noch. 4, 3, 2, 2, 2. Rotes Männlein. Hier. Nee. Jo, der will einfach 27 Swaragd und 4 Weizenkörner für einen blöden Ananassamen. Der Typ. Kann ich das irgendwie bearbeiten? Wolle wäre eigentlich auch nicht schlecht, oder? Wenn wir Schafe holen. Ich packe hier auch mal ein. Bin ein Männchen am klauen. Ich bin ein Männchen amdest. Ich bin ein Männchen am sie überzeugt. Also żaden, sich 요즘 dann aber cowsbeden. Ich bin ein Männchen. Heute Träuer. Dann wäre ich eh auch nicht Logan. Ich bin ein Männchen. Ich bin ein Männchen. Du Rote, oder?" Das ist sehr, sehr komisch. Normalerweise müsste es eigentlich funktionieren, indem man hier Sachen klickt. Aber? Gut ist ja nicht. Papier ist auch gut, ne? Wir haben doch so viel Zuckerrohr. Okay, ich hab sechs. Ich komm zurück. Da. Warum dieser Turning Table jetzt nicht das tut, was er tun soll? Tja. Natürlich ist die Frage. Hier ist noch Meto. Also ich bekomme hier jetzt die ganze Zeit irgendwelche Infos von wegen, der muss so und so gebaut werden, du musst den so und so machen. Ich glaub, der ist schon... Das ist interessant. Halt, stopp. Ach, okay. Da haben wir das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Der Kinetic Generator, der noch so drin muss. Jetzt wissen wir das auch. Das ist bestimmt auch wieder ein Machine Frame. Bälle Moonly, wer ist das denn? Ach, so eine Witchery-Hexe, okay. Oh. Sieht direkt hier hinter unserem Dings. Haben wir noch einen Leather? Hier haben wir. Hui. So. Er ist ja easy zu handeln, eigentlich. So. Okay. So. 4, 5. Jetzt müssen wir wieder... Mining Laser. Wir dürfen da nicht falsch klicken jetzt. Das ist das Problem. 4, 3. 3, 1, 0. So, ich bin mit den Villagern zurück. Wo sollen wir die hinsperren? Zu dir irgendwo. Bei mir irgendwo. Das Logischste, ja. Wir können es endlich drehen, ey. So, jetzt aber. Ja, wir haben es endlich. Sehr gut. Das Ding brauchen wir für den Laser. Sehr schön. Advanced Alloy. Haben wir so eine Sache. Iron Plates. Templates. Okay. So, theoretisch müsste das dann auch schon passen bei denen. Dann haben wir die auf jeden Fall durch. Wir müssen nochmal zwei kriegen, eigentlich. So. Keine Iron Plates? Ach, ich kann es messen. Haben wir keine Iron Plates mehr, Iron? Nein, haben wir nicht. Manchmal drei. Wir sind wohl ganz schnell hohe. Okay, soll ich jetzt einfach hier frei lassen? Ja, so dass sie halt nicht abhauen. Sonst war das ziemlich für die Katze, aber. Das ist mir schon klar. Bin ich so, als wärst du geschult darin. So war ich gemein nicht, ey. Die kannst du einfach irgendwo einsperren und dann können wir mit denen jetzt einfach immer wieder mal ein bisschen handeln, weißt du? Ja, die sind hier oben in dem Gewächshaus. Ey, die machen schon Liebe, da kommen Herzchen. Das ist ein Baby. Ich war das nicht. Die sind hier oben in meinem Gewächshaus und denen gefällt es dir so gut, dass sie direkt Babys gemacht haben. Alles klar. Läuft bei euch. Nice. Very nice. So, ich brauch Stöcke, ich brauch eine Truhe, ich brauch Fäden und eine Angel. Au. Das ist alles, was wir brauchen in der Türe schon. Ich muss den einfach aufhören lassen zu arbeiten und das da rüber schmeißen. Dann ist das nämlich schneller. Und dann brauchen wir Rubber. So, jetzt müssen wir das noch zu einem Gear pressen. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Emerald. Den keckst du sofort im Moment. Wenn wir den Emerald haben, dann haben wir schon mal den ersten Teil, den wir brauchen als Reinforced Block für eine bessere Zukunft. Und dann haben wir schon mal fünf Menschen. Aber sie läuft durch Wände. So. Dann mit davon ein paar. Haben wir noch Iron Plates? Schneller System. Haben wir noch Iron Plates drin? Die haben wir nicht. Iron Plates. Hey, er hat doch zwei Hölzchen. Warte. Keine Ahnung, guck hier. Was hat der Hölzchen? Er hat mein Holz verschluckt. Ach nee, hier kriege ich immer nur zwei raus an Step 4, ne? Ja. Expert Mode. Damit hast du gerade eben den billigsten Stoff gegen einen der teureren Stoffe ausgetauscht vorhin auf dem Boden. Egal. Ist ja lustig. Klar ist der ein bisschen teurer, aber das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der so teuer ist. Sehr nice. Freut mich. Wäre jetzt auch schon fast zu einfach gegangen, wäre jetzt auch schon fast zu einfach gegangen, den so einfach zu bauen. Redstone brauchen wir dafür. Redstone. Und dann trifft vier bitte. So, einen. Oh, vier Redstone kriege ich jetzt noch hier rein in den Slot. Dankeschön. Aha, vier Redstone. Das müsste relativ flott gehen, wenn das Ding erstmal richtig anläuft. Hier auf blau. So, alle laufen. Ja. Und alle laufen. Tun, tun, tun. Okay. Bleibt stabil. Auf eine Sache. Einen haben wir schon fertig. Wunderbar. Dann brauchen wir noch die Kapazitator. Bedeutet, die Kapazitator waren die hier. Da brauchen wir Signalum für. Da brauchen wir nochmal Redstone für. Redstone. Lass uns mal gerade zwölf davon machen. Das ist immer wieder gut. So, Villagers. Noch eine Katze, nur eben ein Emerald. Die liegen alle hier in der Ecke im Fen. Alles klar. Ich glaube, Papier ist jetzt am einfachsten. Au. Du hast die Fischi Villager mitgenommen. Ja, ich habe auch schon... Was? Hast du schon? Eine Fischermütze da ins Wasser gestellt. Ich bin schon produktiv. Du kriegst genug... Genug Fischis ab. Lüge. Lüge. Direkt bannen. Immer eine gute Antwort auf sowas. So, Signalum. Haben wir das noch? Ja, haben wir. Kommst du da? Dann kriegst du keine Blumen mehr von mir, sondern Fischis. Oh Gott, sind wir doof. Was ist los? Es gibt hier einen Storage-Scanner. Ich stehe die ganze Zeit dran mit dem Logistik-Mist, dabei gibt es einen Storage-Scanner. Wir haben keine Enderperts mehr, ich habe alle verbraucht. Zwei Enderperts und ich mache uns einen Storage-Scanner. Alter Schwede, ey. Joa, läuft, würde ich sagen. Dann ist das Erste, was wir jetzt hier machen mit dem Enderium-Gear, ein Storage-Scanner. Und nicht das andere. Mit dem Storage-Scanner können wir arbeiten. Alter Hannes, ey. Du heiliger Hannes, wie mich das jetzt gerade abfuckt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was für eine Skala mich das gerade abfuckt. Dass ich das jetzt gerade eingegeben habe. Einfach nur, um zu gucken, ob ich jemals retarded genug gewesen war, da nicht dran zu denken. Alter Schwede. Ja, aber es hat auch kein anderer dran gedacht, ne? Ich habe auch nicht dran gedacht. Wenn ich mit mir spielen würde, würde ich auch nicht dran denken, die einfachste Lösung zu suchen. Warum? Weil ich immer dran denken würde, die schon getan zu haben. So. Bedeut, wir brauchen jetzt Enderman. Gerade dunkel. Du könntest also vielleicht Glück haben. Ich gehe gerade los und such. Ich such. Suchs. Suchs, da ist ein Spinni mit dem Hut. Endermenschis. Hallo, ich such Endermenschis. Sind die Endermenschis? Bist du ein Endermensch? Du bist kein Endermensch. Hallo, Endermensch. Ich suche einen Endermensch. Ich suche einen Endermensch. So, sieben Sparakte habe ich. Wie viel? Schon mal sieben. Wunderbar, 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 wunderbar. Ich brauche sowieso mehr als einen Endermen eigentlich. Brauche ich denn allgemein mal viele Endermen. euch einen Weg, schnell Endermänner zu bekommen im Endeffekt unsere Mob-Farm mit Endermännern halt anstatt Blazes ach, das hat mir doch extra geset-upt oh Gott, das ist jetzt dein Ernst, oder? das ist dein fucking Ernst? vier fucking Endermänner auf einem einzigen Spot mit einem Blizz mit zwei Blizz, Entschuldigung kann ja immer passieren, dass man sich da verguckt wow ja, wo ist mein Deathmatch hin? kann das wegbacken? alles kann wegbacken, das ist Minecraft oh, jetzt ist es wieder da scheißhauben, ey Alter, ist das dein Ernst, dass der Enderman hier anfasst? oh, der Enderman will mir wehtun, der will mir richtig wehtun der tut mir weh Enderman macht gar nicht mehr nein, 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 weglaufen laufen wichtiger also, dann keinen Enderman mitnehmen, sondern ich kann es nicht öffnen, oh Gott jetzt wenigstens sind wir einigermaßen flott unterwegs oder einer wollte Weizen habe ich jemals ein Safari-Net gebaut hast du gerade über mich geflogen? ja was war das? Safari-Net habe ich glaube nie gebaut, oder? bei mir backt gerade alles irgendwie rum er reconnectet doch kurz wir haben ein Safari-Net mit nem fucking Enderman ich werd gleich so sauer und wir haben schon wieder übertrieben mit der Florian das ist übertrieben 20.000 ist das Minimum, ey so, Leute das bedeutet im Endeffekt, wir können da vorne jetzt endlich Endermänner betreiben oder Sachen mit Endermänner betreiben wenn wir anfangen, hier Holz reinzuführen und ich glaube, das können wir machen, weil wir hier vorne viel Holzkohle haben bedeutet im Endeffekt wir haben hier genug Mob-Essenz drin die müssen wir noch rüberbringen irgendwie ähm ja, ich hab das Glas kaputt gemacht weil ich ein Retard bin aber theoretisch Enderman da rein ähm und hoffen, dass das funktioniert fängt der jetzt schon an zu craften? der fängt schon an zu spawnen der fängt schon an zu spawnen lass mich hier raus Angst er hat schon angefangen zu spawnen einfach so, ich hab ihn gar nicht gefragt Mann, oh du bringst ja, dass du die Folge also wenn du sie abmorden willst, musst du das machen ja, ich bin aber hier grad nochmal am handeln deswegen warte ich grad noch Moment ich glaub, der hat mich jetzt schon zwölf Smaragda also zwei würde ich mir gerne für mich sichern ja für gewisse Dinge keine Angst, es sind keine solchen Dinge die böse sind 15 Angst, okay so, dann bring ich jetzt noch zwei kannst du auch mehr haben, wenn du mehr brauchst, ne wir haben sie ja jetzt wir sitzen ja jetzt an der Quelle oh, du da oben nimmst jetzt gerade eben die ganzen den ganzen Strom für dich, oder? dann nimmst du ein bisschen so der hier oben kriegt jetzt gerade den ganzen Strom für sich und erst wenn der hier gemacht ist, kriegt der unten den Strom das ist natürlich doof dann machen wir das hier ganz einfach und machen so und müssen hier ab und zu mal ein bisschen was reinlegen aber bitte sag mir, dass der Grinder jetzt von selber aktiviert wird ohne dass sich der Enderman wegkortet ja aber wir haben keine Enderpearl wir haben keine Enderpearl bekommen aber wir haben auf jeden Fall mal die Enderlinge interessant warum haben wir keine? Dankeschön so, du musst abmarken ja warte, wo bist du? dann würde ich sagen wir verprügeln erstmal dieses wunderschöne Zombie hier geht put so schaut auf jeden Fall bei Katze vorbei oh, bei Christian danke in der nächsten Folge machen wir hier mit dem kommen da jetzt immer Endermänner raus? nein oh, schade okay, ich dachte in der nächsten Folge machen wir schön weiter mit Endermänner verprügeln aber ich würde sagen wir sehen uns dann übermorgen bis dann und auf Wiedersehen tschüss throw your cranes out bis dann high Bis zum nächsten Mal.